Hallihallo Hallöchen liebe Freunde hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary noch kein gehen doch jetzt Alter Schwede das ist ja ah Gott ich krieg das nicht auf die Reihe ist ja auch egal ähm wo sind wir denn hier wir sind hier in der Tiefenwitschlucht genau und da haben wir erstmal Kekse oder was gell? Ne Mana Puffer Mana Puffer entschuldigung Mana Puffer ähm was hat sich geändert ja ich hab äh anderes Set dann was ist das hier Schmiedekunst Set ab Stufe 3 ist das in diesem Gelb Gold äh Gold Metall Ton und dazu die zwei aktuellen PvP Schultern hier und das und den Helm der Rest sind Offset Items was hat sich so geändert Items ich hab hier endlich das allererste Mal ähm das äh das Trinket bekommen mit den Permasets in dem Falle mit Stärke Maße das hab ich noch nie gehabt nicht mehr ich glaub in Season 1 hatte ich es auch noch nicht Season 2 hab ich es vielleicht mal gehabt aber verkauft als blaue Version ja gut ist ja auch egal was hat sich hier geändert ok das ist noch von Arena drin äh was muss ich was hatte ich denn da drin ist sie denn da die Warte der Helligkeit kommt wieder rein na oh bei den Talenten hat sich so nichts geändert genau Waffen geht oh bei den Talenten hat sich so viel Glück ah Entschuldigung äh Brunnen fehlt Brunnen bräuchten wir natürlich der ist wichtig ne ah ah das ist doch noch geschafft yay genau Russen wo sind die her ok das sind zwei drei mal so von einem Servers bei uns ok gut auch nichts besonderes schauen wir doch mal was wir heute so reißen können oder ob wir mal wieder äh ja wie am letzten Mal abgefertigt werden der Hunter Dagger ne wir hatten das ah das ist ein Mage wo ist der Bersi Träger ja super jetzt werden sie gleich wahrscheinlich alle abgefarmen der Mage hat ihn der hat ihn ach du Scheiße wo ist er wohl aber jetzt hab ich ihn wieder nicht hopp hauen wir dich mal weg genau Portix dann wo kommt der Block da sind wir die Krieger da auseinander nexten Stun ach f*** dich doch Mage naja jetzt hab ich die Wall gedrückt die wollte ich gar nicht drücken die Krieger hier wegzimmern verriert ständig ist auch kacke hallo Chris naja ich werd jetzt sterben das weiß ich doch nicht doch ich werd sterben da wollt ihr sagen der kickt mich will ja gut ach da hab ich irgendwie obwohl wir haben die Flag die Flag ist hier naja naja gut wenn die alle zum Zwerg sind Trotz auch grün genau der kommt durch wie siehts hier aus da leben noch einige können wir den retten ja können wir Opferung können wir den da mobben vielleicht schafft er es noch schafft er es noch ja schafft er noch die Spell heilige Macht aufbauen hier rausdrücken äh töten ja dezent alles ab der Hexe will sterben hat er gesagt die Hexe will sterben mein Ding ist mir nicht fett na jetzt krieg ich nicht ins Target na jetzt sterbe ich na noch nicht ooooh legt mich fett schwein ooooh schwein gehabt oja reggen ich sitze ich dir in regge das hatte ich auch noch nicht wo ist der Wichtel dankeschön da muss man den noch heilen kommen wir mal gleich einen Dicken rein wo ist die Flagge ooooh 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 die Police geht entstun jetzt sind wir aber gar nicht so effektiv hier groß was wir machen inline ist das ein Mage damage wieder geklaut Dicken weg hier ich hab mich gerade gesagt du bist verlangsamt du gehst nirgends wo hin wo ist der Feral wo ist der Feral wolle ich vielleicht nur umhören stimmt Ach, hau ab. Wo ist er, 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 da ist er. Irgendwo dahinten, da ist er doch. Das ist dann und dich töten wir. Du hast inline und down. Woh! Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich erst dich. Und dann dich. Boah, wie viel. Er sterbt doch endlich. Geht doch. Hier, hier, hier bin ich hier am heilen heute. Ah, wenn ich mit Emperor Zinn spielen würde, sah das eh ganz anders aus. Ich weiß nicht, eigentlich würde ich es ja gerne mal wieder machen, weil der Druck ist jetzt wahrscheinlich... Achso, genau. Ich habe ja jetzt übrigens Unbuff, also Self-Buff über 100% Mastery. Er hat volle Stacks, da geh ich jetzt nicht hin. Also, mit Impulse ist das wahrscheinlich extrem krass. Zack! Ey! Oh du Depp! Jetzt läuft er da hinten dran. Den krieg ich natürlich nicht. Stun, pick dich. Ah, hat er nicht geklaut. Weg hier. Ihr Wahnsinnigen. Ja, natürlich. Ey, wo kommen die ganzen Slows auf einmal her? Ja, jetzt leckt euch... Ey! Meine Fresse! Ich frage mich, wo der Mage's Mana her hat. Und... Egal, das ist halt... Das... Na ja, gut. Das ist... Ich-Moon. Du machst nichts. Du kriegst jetzt nämlich ein Gesicht. Oh, jetzt krieg ich schon wieder jetzt Gesicht. Ey! Was zum Teufel? Naja, wir führen 2-0. Da geht gleich die dritte Flagge durch. Die haben keinen geholt. Dann gewinnen wir halt gleich. Ist mir... Ist mir auch recht. Ist mir auch recht. Naja, Gott. Was haben wir dann geheilt? Knapp zwei Melle. Loll. Wir haben keinen Heiler. Da brauche ich mich nicht wundern. Du kriegst erstmal einen Stun, Freundchen. Okay, da haben wir schon gewonnen. Ja. Auch keine 10 Minuten. Ha! Ja, gut. Okay. Was sollen wir denn machen? War jetzt nicht ganz so nach meinem Geld. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie reizt es mir schon wieder mit Empowered Seals zu spielen. Und auf der anderen Seite ist es halt so. Der Cleave Damage ist mit Final Verdict einfach so deutlich besser. Ach, ja. Naja, gut. Wie dem auch sei. Ich sag wie immer vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sollen sie da ab, damit in die Kommentare oder auf Twitter. Wenn ihr Wünsche, Anregungen habt oder mal mitspielen wollt, einfach Bescheid geben. Ähm. Dann auch ein Schild mal was. Und dann seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. In diesem Sinne. Tschüssi. Bis zum nächsten Video. ...